Die Insel ist nur Schein oder ist das wirklich sein? Jetzt ist sie auf einmal wieder weg. Es ist auf jeden Fall was da. Es ist auf jeden Fall was da. Diesmal werde ich auch hier rein schwimmen. Diesmal werde ich auch hier rein schwimmen. Da. Da will ich hin. Okay. Okay. Mal gucken. Jetzt brauche ich wieder eine Luke ein. Wie immer. Und jetzt kommt wieder eine Treppe. Mal gucken. Mal gucken. Mache ich diesmal hier hin. Da hin. Okay. Okay. Dann ist eben jetzt hier überall mal ein Shot angedacht. Mal gucken. 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 Okay, dann mache ich noch eine Etage höher. Was soll's? Was soll's? Das macht den Kur nicht fett, dann gehe ich noch eine Etage höher. Ähm, Treppe. Und jetzt nochmal. Es müsste jetzt eigentlich die richtige Seite sein. Genau. Ich speichere jetzt erstmal ab hier. Ich weiß nämlich nicht, ob ich richtig angekommen bin oder nicht. Weil normalerweise sollte man ja nicht hier drauf, oder? Ja. Okay. Okay. Seht ihr es auch? Da ist irgendwo ein Bug. Ich sollte normalerweise gar nicht hier rauf. Krass. Ich bin auf einem Eisberg, auf den ich eigentlich gar nichts zu suchen hätte. Nur weil ich die Kunst habe, bevor ich da runterfalle, speichere ich lieber ab. Ich komme mir vor, echt wie auf so einem Eisplaneten. Okay. Das ist Wasser. Okay. Okay. Selbst hier oben drauf gibt es noch Hürden zu erledigen. Ich muss echt mal gucken. Jetzt probiere ich wieder was aus. So. Dankeschön. So. Dankeschön. Weiter hoch geht erstmal nicht. Okay. Ich versuche mal ganz nach oben zu kommen. So. Okay. So. Ähm. Theoretisch. Okay. Geht doch. Aber jetzt sollte es nicht mehr gehen. Okay. Dann müsste das jetzt erstmal gehen hier mit dieser Lucke. Auf dem Feuerplaneten hier. Auf dem Feuerplaneten hier. Okay. Dann geht es jetzt weiter hier. Auf dem Feuerplaneten hier. Okay. Dann wollen wir wieder weiter. Wir bauen uns mal schon hoch. So. Wir haben es ja im Endeffekt. Wir haben es ja. Wir können es ja. So. Mensch. Okay. Dann werde ich jetzt mal wieder die Lucke bauen und so weiter. Und mich noch weiter hoch bauen. Ach ja. Wie. Geht nicht mehr. Okay. Dann bringt das auch nicht. Ich werde jetzt erstmal zurück gehen. Zu meinem Standpunkt wo ich vorhin war. Das ist Wasser. Okay. Jetzt gucke ich mal wenn das Wasser hier so hoch steht. Hier steht das Wasser nämlich so hoch und ich glaube da vorne steht das Wasser viel viel tiefer. Das ist doch so. Nee ist doch so. Das ist doch so.